Ich bin nicht sicher da drin. Wo drin? Alter, sieht das neue Hartzscheiße aus, ihre Kenzer. Alle sagen das außer Wendelin, der feiert. Was? Wie findest du's? Ich? Ich finde es sieht stylisch aus, aber es ist total unpraktisch. Es sieht cooler aus, es sieht sexy aus, das muss man sagen. Aber ich komme überhaupt nicht damit klar. Das ist einfach so dumm, dass die Kills über dem Minimap sind. Keine Ahnung, ich kotze das alles an. Sie hätten einfach alles an den Platz lassen sollen, wo es war. Genau, ein bisschen anders von den Dielen wäre es mir egal. Okay, aber so, what the fuck? Guys, guys. Ich weiß gar nicht, was, wo ist und so. Ich hab das Scheißspiel fast vier Jahre anders gespielt, jetzt müssen sie auf einmal so einen Change machen. Einfach so. Was wäre, wenn wir das Einzelne verschieben könnten, wie wir Bock hätten? Okay, hab ich vorhin auf Reddit lesen. Weil jetzt offiziell ein Statement dazu ist, sie wollen nicht, dass man das HUD-Game spielt, sondern sich auf seine In-Game-Mechanics konzentriert. Das HUD-Game? Ja, jetzt muss ich erst rechts spielen, weil ich keine Ahnung, wo mein Shit ist. Ja, sie wollen ja, dass das HUD rumschieben zum wichtigeren Game als du spielst. Hä? Shut the fuck up, Ryan. Die sind immer solche Scheiß... Das ist aber typisch Riot, dass die sowas sagen. Auch... Warte mal... Ah, was ist das nochmal? Ganz gutes Beispiel, warte mal. Ah, weiß nicht mehr. So ein Sandbox-Mode wär mal geil. Zum Sachen üben, testen, whatever. Sollte doch nicht so schwer sein, das zu implementieren. Ah, erwartet so viel zu viel von Riot. Genau, aber letztens ein Thread auf Reddit, das irgendwie äh... Äh... Fuck you! Dings. Die Vauro... Y? Ja. Nice! Alter, das ist so dumm! Das ist so dumm einfach! Es skaliert halt auch gut mit Armour-Pen, aber die Vauro ist wahrscheinlich lustiger. Weil... Mit dem B? Ich zeig das... Ich zeig euch das jetzt einfach mal. Wir hatten einen Yasu dabei. Der stand irgendwie 1-8 oder so. Wir haben trotzdem noch gewonnen. Frag mich nicht, wie... Wir hatten gerade... 3-17. Was? Wir haben verloren. 1-1. Nice! Rang, Cat? Ja, aber zu blöd wir auf dem Sparf. Yasu, play safe! Do you want me to go off-k? My feelings are hurt! Ah, aus der Crips go! Okay, da unten. Jaa, im Zeichen, ja, es ist alles... Das ist Cancer. Alter, bitte, die müssen jetzt wieder anders machen. Jaa, auf Reddit sind auch grad schon 3 Posts. Das ist doch unreal! Ich mein, ich hab das schon vorausgedeckt, aber ich wusste nicht, dass das jetzt auf einmal da ist, weißt du? Ich dachte, die machen's vielleicht, wenn du auf PBE zu viel... Flag bekommt, wieder weg, aber... Und vor allem, in unserer IP wird so'n Scheiß hier gebaut, weißt du? Äh, Amumu war grad da. Natürlich nicht. Oh, fuck off. Jajonas weiß ich auch. Wo ist mein Paar? Was war das denn? Ja, ich hab versucht, den Shit zu kriegen. GG. Ciao! 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 Jaaa! 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 Nein! Sorry! Ich baue mir jetzt echt so so ne Sprechbox hier ein. Mute-Funktion? What? Oh shit! Die können das ja gar nicht, mann. Die kommt, muss aggressiv spielen. Alter, ist das scheiße. Ist das scheiße. Auf zu weinen. Naja, das ist echt nicht cool. Also das hat ist echt mal richtig scheiße. Binst du auch? Ja. Ich komm da gar nicht klar mit. Ist einfach unnötig. Ich weiß es nicht. Nach so vielen Jahren muss einfach ziemlich gleich, war immer. Machen sie auf einmal so. Einfach. Vor allem auch der EP-Balken ist rum. Letterfuck. Ja. Es ist einfach unübersichtlicher als das alte. Und es ist ästhetisch auch nicht schön, wenn es so komisch in der Mitte ist alles. Ich weiß nicht. Also davor war es so eingerahmt. Ja. Ja. Dieses Graphi-Update ist ja ganz okay, aber... Da kommt jemand. Das ist alles irgendwie... Oh. Da ist Chompers. Alter, please. Weiß gank, bro. Ich hätte einfach nur ein visuelles Update machen sollen. Ja. Ja wer weiß. Vielleicht können sie auf der Shitstorm... Alter, sollen wir sie killen? Aber Mumu ist übrigens immer nur da. Ja. Ich weiß. Come on back. Oder ich meine, wenn er jetzt reinkommt, dann... Könnte die Scuttle unten walken? Oder mal gucken, nachdem das der Mumu mitmacht. Schau mal, Mumu. Jo, auf den. Ja. Nice. Ist tot. Oh, der Sound ist cool. Das ist cool an dem Patch. Oh, das war's auch schon. Oh, 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 oh. Warte, deal! Oh. Wo stehen denn die Kills? Vom Team? Oh, Hilfe. Ja, ja. Da unten jetzt. Gott, ist das unübersichtlich. Oh shit. Alter, what the fuck, du... Ja, ich... Kriegen wir die noch? Kriegen wir die noch? Ja, push den Shit ruhig raus. Yeah, okay. Das ist... Help! Gönnen den Farm, Alter. Ja, gönn dir. Weil ich es mir wert bin. Das finde ich jetzt scheiße. Wo ist mein Scheiß geholt, Alter? Ich seh's nicht. Ah, da. Nice. Alter, ich krieg... Ich krieg... Ich krieg Cancer. Ich spür's schon. Ah, Riot! Yeah, Riot, please. Ich sag, ich muss doch Dota spielen jetzt. Ich wär zum Dota-Spieler. Der Ability-Draft ist schick geil, der Mode. Und... Dota ist an sich ganz okay. Wegen dieses Champion-Dräge. Das soll in sich ja einfühlen. Einfach den Ability-Draft. Das ist so cool. Was ist das? Ability-Draft? Äh, da kriegt man... Du kannst dir vielleicht einen Champion aus allen anderen zusammenbauen. Du kriegst alle Qs und darfst dir einen Q von einem Champion picken. Dann kriegst du alle Ws und darfst dir einen W von einem Champion picken. Und so weiter. Das ist voll lustig. Das ist... Das ist cool, ja. Was ist sowas für Riot in the end? Nee. Also manchmal ist Riot... Riot ist einfach komplett unlustig. Ja, das ist an sich ne coole Firma. Manchmal machen die so unverständlichen Shit. Oh Gott, Alter. Fun... Fun not allowed. Ja. Und letztens war ja so ein Reddit-Post, wo sie... Wo es darum ging, dass Spieler sehen wollen, wann sich jemand reported haben und er gebannt wurde. Weil man sieht das nur, wenn man der allerletzte Report ist, der jemand zum Ban bringt. Echt? Und Spieler wollten halt, dass sie sehen, wenn sie dazu beigetragen haben. Ja. Und da willst du Riot irgendwie nicht. Keine Ahnung. Wir wollen auch nicht mal einen Future einbauen, dass... Dass man ein- und ausschalten kann. Falls es zu spammy ist für einen. Weil dann hätte man ja wieder... Dann müsste man sich zu viel um irgendwelche... Optionen und so kümmern. Dann kann man ja nicht das Spiel so viel spielen und so, ne? Tch. So... So hier... Fondalität von denen... Ich liebe noch ein paar Gimmicks für den Shop bauen. Oh, ich will irgendwas rapen. Ja, die haben auch was. Ich weiß nicht, das läuft die Katelyn, das... Ich hab Bock mehr auf das Game. Ah, da ist sie! Äh, Nami ist gar geflasht. Was? Einfach so? Hey, wo stehen denn die Kills von dem Team und... Rechts über der Map? Ah! Ah! 4 vs. 1! Yeah! Wenn sie die Flay... Ob wir noch was frei haben. No! Nee! Sorry! Nee! 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 Komm gleich top, gell? Okay! Wenn sie irgendwas zum Beispiel die Ulti-Timer dahin geschrieben hätten noch. Also anstatt nur den Punkt. Oder die Summoner-Spells von Team-Mates. Der hat noch was Gutes. Was Neues. So! Oh! 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 Cheat! Cheat! Ah! Okay! LOL! LOL! Der Kreis! Hey, bei Alex. Ja, er füllt sich langsam. Bis so in die Uhr. Ah, scheiße! Ah, okay. Stimmt. Fuck you, man! Sorry! Oh, das ist langweilig. Soll ich einfach pushen? Ja, fuck it. Haben Bock hier zu freezen, ey. Wie diven die Sch... Fuck hat's doch nur... Hä? Fuck off! Oh, was ist... Okay, warte. Was war das denn? Ja, ich hab so ein bisschen geschaut, wo... wo mein Farm ist und wo die Zeit ist, so. Und es ist scheiß, dass es nicht nebeneinander steht. Ja, von oben rechts steht jetzt einfach nur die Zeit und der Ping. Und sonst gar nichts mehr. So einsam da oben. Ich hab... Ich fühl das... Und Wings auch. So wie willst du playen. Dass irgendjemand, was bei den... bei den Borders irgendwas vergessen hat von dem ganzen Hut, ist irgendwie... Ey, wir killen die, okay? Ja, so. Ich komm her, ich komm her. Kannst du irgendwie überleben, nur halb. Ich versuch's. Oh, oh, oh! Ich hab überlebt. Haha. Nice. Ja, als der Announcer ist echt geil, also das gefällt mir. Aber... Jetzt reißt du dann den Patch. Zacks. Oh shit. Ey, yo, J4! Soll, F2S! Kann man das eigentlich irgendwie in den Optionen umstellen, dass die Karte wieder links ist oder so? Äh, ich glaub das... Das kann man machen. Man kann... Man kann das so ein bisschen... Äh, ich glaub das ist nicht gewollt, dass man das kann, aber man kann das irgendwie in den Spieldateien umstellen. Das ging irgendwie. Ne, äh, ganz normal. Hast du Teleport? Ah, das geht sogar in Optionen, ne? Ne. Ja. Man kann aber... Soll ich den Ding halten? Äh, ja. Alter, fuck off, man. Ah, das Menü ist ja jetzt auch anders. Also... Ja. Das haben wir doch letztens erst geändert. Das war doch gut. Versteh ich nicht. Das war doch vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so. Das ist doch geändert, ne? Leute, was ist das denn? Jetzt hab ich die Mini-Karte links gemacht, jetzt ist der Chat irgendwo mitten im Bildschirm drin. Ja, wieso hast du die eigentlich links gemacht jetzt? Das versteh ich nicht. Ja, die war doch immer links. Ich bin nicht mehr verrechtet. In Dota war sie links. Links. Links waren deine Items. Und dein Champions-Daten. Ach ja, stimmt. Stimmt. Ja, ich wusste ja noch. Irgendwas war links. Ja. Ich weiß. Ich will auch gerne die linke Blätter füllen, aber ich das mache dann ist rechts. Ja, ne. Zu spät. Ja, ich guck mal. Oh, ist der low? Oh, ist der low? Please kill, please. Ja, nice. Oh, 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 nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh. 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 Ähm, okay. Le Amume. Where are you? Oh, okay. Zero kill hero. Ja, haben wir. Def Krippu. Nice so. Hup. Da kommt jemand rein. Oh, fuck. Oh, shit, Alter. Hast du Flash? Ja, klar. Le J4. Also, ich will die Scuttle Crab. Please, fuck off. Oh, shit. Was heißt eigentlich genau, was genau was zu testen jetzt? Ja, das ist ein neues Item. Ich kauf's mit Leil. Ich fahr das nächste. Haben die die Krabbe gemacht? Shit. Can't handle it. No, they haven't. Canceled. Oh, Thomas, mit den sieben Stacks. Oh mein Gott. Noch mal Drake, es gibt fünf, Thomas. Toll. Oh, Drake, es gibt fünf. Ich kam den hier irgendwo rum. Nein, ich komm. Was glaub ich dir jetzt da hinten? Oh, fuck. Ja. Wieso spielt hier eigentlich Grippace noch mit dem alten Hut gerade? What the fuck? Äh, im Ranked ist es noch nicht an, falls es Bugs gibt. Ah, okay, nice. So, Ranked spielen, schnell. Noch ein paar Mal genießen. Ja, der Bug ist das ganze Ding an sich. Das ist der Bug. Das ist der Bug. Die Existenz da vorne. Alles, warum ich bitte ist ein guter Schiff. Ich glaub die haben, haben die Trackma? Nee. Ah! Alex! What's last, Dad? Oh, coming, I'm coming, I'm coming, coming. Let's, let's do this, let's do this. Ultien coming. Come fight the bitches. Ich hab gleich... Ein Gegner wurde getötet. Er muss der Momo hin. Nach rechts irgendwo, ja. So, jetzt spiel ich auch mal mit dem Fass hier. Alter! Hau den Ding doch kaputt. Da kommt J4. Und Ass. Ich hab J4. Oh. Yo, J4. Was hat der J4 ab? Äh, nur EQ, er hat nur EQ benutzt. Schöp. Okay. Kommst du da irgendwie raus? Nee. Voll. Nice combo. Ja, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Turn! Oh yeah, that's my boy. Nice. Haha, der Flash. So. The epic bronze place. Ich beurteile einen Mann, was er merkt. Oh mein goodness. Guck dir, guck dir den Tryhard an. Ist das anstrengend mit dem Hut? Ja, ja. Aua. Hey, warum werden mir jetzt meine Stacks nicht anzeigt? Das macht man so weird. Weil der Hut scheiße ist. Ja, only blame der Hut. Muss man was killen. Braschen da jetzt rein. Hö! Hm. Ah! Oh! Hast du was? Nein, ich hab keine Ult. Ah, okay. Hm. 30 Sekunden. Kann man jemanden Tower kaputt machen? Ich brauch ein bisschen Geld. Bewegen Geld. 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 Das hat sie in meinen Augen entstellt. Give me them two stacks, please. Jetzt hab ich Old. Also. Warte da. Ich bin mal kurz AFK. Jemand hat bei uns klingelt. Äh. Zwei Sekunden. Also die Dingsanzeige ist auch völlig scheiße jetzt. Oh shit. Was macht denn der Jarvan da? Schau mal. Der will das. Der will das. Okay. Oh man. Wir own das. Versuch mal mitzuhalten. Wahrscheinlich dipen die mich. Ich hab Ult ab. Ich bin da. Ich bin da auch da. Ich mach hier ein Fass hin. Ha! Oh! Oh! Nice ult. Ah, ich war hinter Ult gestanden. Fuck. Das ist doch gar nicht so weg. Ich hab einen gekillt. Wie fühlt sich eigentlich GP an, Alex? Äh. Interessant. MF ist geil, man. Weil die Titten hat? Ja, die würde ich auch mal zocken. Ah, MF ist so cool. Ich weiß nicht. Ich hab noch keine vernünftige Anwendungsmöglichkeit für diese explodierenden Fässer gefunden. Du musst mal acht auf einmal chainen und dann eins zünden. Ich glaub es gehen nur drei. Ja echt? Man kann nur drei miteinander verbinden. Ich glaub ich hab nur, also im Moment hab ich nur drei. Aber ich hab's auch erst einmal geskillt. Ja, das geht hoch mit dem skillen. Okay. Kannst du irgendwie am Ende acht legen. Wow, dann mach ich ne. Fass lane. Oh shit. Und das mit diesen Silbermünzen, das dauert auch ewig bis man da seine Ult upgraden kann. Silbermünzen? Ja. Ja. Wenn ich, äh, Creeps mit meinem Q töte, dann krieg ich hier so ein paar Silbermünzen. Und wenn ich 500 hab, dann kann ich, äh, mein Ult upgraden. Aha. Ja, kannst du dann eins von drei Upgrades kaufen. Ja. Aber ich hab jetzt gerade mal 240. Ja, also nicht auf dich gerade. Ups. 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 Fuck. Nice. Aua. Ja. Oh oh. Oh oh. Oh, Kata, you dead. Haha. Thomas. Das ist noch passiert. Achso, der ist gecancelt. Ne, immer noch nicht. Oh, ich komm. Go, Thomas. Das ist einsame Fass dahinten. Ganz schnell. Haha. Da steht's. Ich sag ja, diese Fässer sind, ich weiß nicht. Du musst drauf schießen. Ja. Du musst selbst drauf schießen mit einem Q oder was. Ja. Du musst einen Q oder mit einem Q dafür opfern, dass irgendein komisches Fass noch ist. Das killt mich jetzt. Wenn ich auf das Fass geschossen hab. Das ist völliger Blödsinn. Aber übrigens hast du's ge- hast du drauf geschossen? Ja, ich hab drauf geschossen. Aber ich hätte einfach weglaufen sollen. Ach, welches denn? Warte, sind überall welche. Haha. Das hab's jetzt nicht gesehen. Fuck. Das bringt nur den Gegnern Gold. Ach, die können die auch noch... Die können die farben, oder? Ja, die kriegen dann 10 Gold, wenn sie's kaputt machen oder so. Echt, Alter? Das ist ja wie... Das ist schon eine Ability, hä? Ja, die hat jetzt völlig... Das wird ziemlich geil eigentlich, wenn man das mal erkannt, glaube ich. Ich weiß nicht. Also, ich find's irgendwie... Oh, der ist tot. Da fand ich das... äh... Hast du Ulti? Ich hab Hilfe, ne? Okay, jetzt. Yeah! A fine meal for the sharks, hell yeah! Oh cool, ich kann's endlich kaufen. Oh, oh. Das ist das Problem. Huh. Guck mal her, lass dich beinen. Kannst du's irgendwie... Kannst du's umbeinen, jemand anders beinen? Ja, ja. Einmal die Minute. Okay. Dann ziehst du doch die Stacks hochticken. Wo? Bei dir, bei der... Ah ja. Wenn du's 100 hat und du machst einen Skill oder einen Angriff, glaube ich, dann kriegst du den Buff. Mhm. Oh snap! I'm out. Ja, jetzt musst du's dann kriegen. Und... warte mal. Jetzt läuft's auch so oder was? Jetzt ist wieder weg. Oh shit. Ja, okay. Hä? Warte mal. Ja, wenn man sich bewegt. Aber man muss konstant... Ach so, nee. Ach, wenn ich stehen lege, geht's weg oder was? Nee. Es geht jetzt immer noch auf, gerade. Pass auf, du wollen jetzt. Hä? Aber vielleicht, wenn's auf 100 ist, dass man einfach irgendwann benutzen muss? Ja, benutze... Muss ich selbst benutzen, oder? Du musst was angreifen, dann. Ach so. Ja, das kann sein, dass man so timen muss, ein bisschen. Wie halt... Oh shit. Wir hätten uns grad so ficken können, ja. Wie... Wir Nah-Ultiver. Du musst das halt so ein bisschen aufbauen mit Aggression. Und dann... Ja, jetzt hast du's. Oh shit. Ah! Ah! Nooo. Keep going! Hä? Immer kommt mit. Trauerts. Auf, auf! Auf, auf! Let's beat! Da kommt J4. LOL! Hä? Serious, nicht da? Ja. Konntest du mich entscheiden? Weil ich den Booty bin ich heute. Terminiert! Wenn das so ist, würde ich topfarben. Oh, ich komme mit, warte. Das ist sexy Gold. Ah! Ha! Ja! 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 Das ist noch positiver Seite. Ah! Okay. Eine Ulti kommt? Nein, er auch. Oh, fuck. Ah, mit Skill-Shots hast du aber auch schon mal besser getroffen. Klar. Speed! Wir kriegen den. Soon. Jetzt habe ich Speed. Immer nur Speed. Hasch auch, Hasch. Alles. Ohohohoho. Kann schon aber ein bisschen was... Ne? Verticken. Ahnung. Ahnung hat den Arsch. Alter! Alter! Hat er schon geerntet? Ne. Was macht der Hund? Alter! Lol. Alter, was ist das denn? Ah, das ist doch scheiße. Das ist doch gejukt. Die Fesse sind irgendwie echt für ne... Lol. Ich fühle mich leicht, äh... Ja. Thomas! Tu was! Gewinn! Haha! Ja! Lol. Das ist ja nicht schlecht. Yeah. Wo steht denn dein Creed-Score? Da, 504. 4. 225. 355. 356. 355. 457. 367. 356. 356. 369. Männer ohne Zunge haben keine Widerwaffe. Zu gutes Ende. Kann ich den haben? Oder brauchst du den, Thomas? Er redet immer mit uns. Scumbag Thomas. Alter, fuck auch Ezreal. Nash, Nash, Nash. Ah, der ist nicht ab, fuck. Ja, Nash ist ziemlich free. Der Mumu auch. Ey, Mumu. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, yes. Das ist echt geil. Sag das. Ich bin grad so amazed von meinem Zoom. Denk, die kriegen immer nur Schaden von einem Fass. Na und? Warum eigentlich? Was ist das für ein Bullshit? Du kannst halt lange Ketten legen. Wow. Von der Base bis zu Nash. Und das bringt mir was genau? Du kannst von deiner Base aus Feuerwerk machen. Ja, toll. Du kannst von deiner Base aus Nash stieren, oder? Ja. Na ja. Oh. Ich glaub nicht, dass das so der amount von Damage ist, den ich dafür brauche. Meins! Ha! Oh, fuck so was. Wow. Leg fast vorne, schieß drauf, dann kriegst du den Ufens-Buff. Oh, shit. Vor allem, dass die, dass die erst mal... Wow. Oh, du. Ich komm. Nice. Mumu ist so geil mit seinen... Bandage Tarsis. Das ist real Hm Okay Komm schon Aaaaaah Oh nice Deine Hände sind mit Blumen bestmiert Help me dir Du 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 Waa Man ich sie das gleich fassen Ich bin sogar aus GP die ganze Zeit lava, tue Es ist recht entertaining Entertaining Riot loves to entertain you Oh Oh man ich wollt meine Ulti nur upgraden Ja nice GG